Dann diesen schmierigen Glühwein hier reinmachen. Und jetzt diesen Herd komplett auf volle Kanne aufmachen. Äh, ja, hier, wenn jetzt warm kommt, hier dürfen keine Blasen kommen. Das muss kurz davor weg. So, ihr seht hier, dass hier kurz davor ist, diese Blasen zugekommen. So viel reicht schon. Also nur ganz kurz davor, dass da hier so ein paar Bewegungen machen, aber keine Blasen.